War die weg? Ja. Aber wir haben noch Dunkelolive, wir haben Creme und wir haben so ein wunderschönes Steingrau für sie, was eher so ein Eisblau ist. Es ist die Hose für genau jetzt. Bis mit Metrazit und Silbergrau, das ist das, was die Kati für sie gleich trägt. Dann bei Kassiz haben wir mit Rot- und Lilatönen gespielt und braunen Augen, was ja wieder dann zu Roger passt. Also bist du quasi jetzt selber zu einem Roger geworden. Ja. Zum Anbeißen bist du. Kann man an dir auch knabbern? Lässig, oder? Ist richtig lässig, oder? Richtig cool. Vor allem selbst jetzt mit deinem Shirt, was ja eher so silberglänzend ist, passt das wunderbar zusammen. Du bist jetzt wie so ein Bicolor-Ring. Das ist wahnsinnig schön. Super cool, ne? Also es ist wirklich toll, hat doch schöne Länge, sitzt richtig gut. Seien Sie mir doch schnell, dass Sie die bekommen. Mit Schnöpfen zu schließen. Und vor allem auch. Das haben Sie bei mir jetzt die ganze Zeit gesehen. Ich trage das ja die ganze Zeit für Sie. Ist das toll? Du siehst aus wie fließendes Platin. Ja. Superschön. Ich habe es ja heute auch schon angehabt. Da gab es noch eine passende Hose dazu. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Gerne nachfragen. Das wäre auch übrigens ein mega Silvester-Outfit gewesen. Ziehen Sie es spätestens nächstes Jahr dann an. Weil das ist wirklich super gemacht. Ist eine Mikrofaser auch in Plisee-Optik. Und jedes Plisee, wenn man das so schüttelt, Sie sehen das, liebe ja solche Spielereien. Ich finde das auch sehr, sehr gut. Sehr leicht, sehr schön. Kaschiert auch sehr schön, weil es einen schönen Fall hat. Sie sehen ja bei der Brust sehr schön. Und dann hier unten wird es dann so ein bisschen weiter. Ihr seid ein Schatz. Die passende Hose ist für Sie da. 463830 die Bestellnummer. 463830 die Bestellnummer für die passende Hose. Fragen Sie da gerne. Damit Sie die auch noch bekommen. Würde ich machen, weil dann haben Sie einen Overall-Look. Ja, und den lieben wir ja so. Da können Sie so einen Gürtel nehmen. Sie können es natürlich mal getrennt voneinander tragen. Aber das hat schon Weltklasse ausgesehen. Also da war Nanushko und ich vorhin drin gesteckt und es war wirklich ein super Wohlfühlprogramm, weil es ja auch so weit ist.